... Vielen Dank. Zufall gefreut. Das war ja nicht vorher, dass sie sich erst mal versteckt hat. Und dann war sie eine Nacht und den ganzen Tag war sie auch immer verschwunden. Da haben wir gedacht, jetzt ist sie weg. Und dann habe ich gesagt, ich hab's ganz stolz wieder an. Hallo, ich bin wieder da, ist alles in Ordnung? Ich hab was gekocht, aber alles ist in Ordnung. Und hast du mal gestreichelt? Ja? Hast du mal gestreichelt? Ja. Halt, 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 halt. Ja, ich hab's ja noch nie. Oder ist das schon eher genug? Nein, das ist das schönste. Also ich hätte ihn jetzt anfang...